Für uns das Ereignis der Woche ist ganz klar der heutige Radio 1 Radio Day Tatort. Den ganzen Tag Krimi bei Radio 1 von 9 bis 21 Uhr. Wir freuen uns auf Jan-Josef Liefers, Professor Börne. Wir freuen uns auf Oliver Mommsen, den Kommissar Stehnefreund. Das ist der Assistent von der Inga Lösen aus Bremen. Wir freuen uns auf Ulrike Volkertz aus Ludwigshafen. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders auf den Besuch von Klaus Doldinger, dem Komponisten der Tatortmelodie. Und wir freuen uns auf den Komponisten der Tatortmelodie. Und wir freuen uns auf den Komponisten der Tatortmelodie.